hallo ihr lieben willkommen zu einem neuen video von mir ich habe ein xxl sensi haul für euch oder so ähnlich es sind zwei pakete angekommen in dem großen dürfte meine clubbestellung sein und im kleinen eventuell die andere lieferung oder sie haben es auf zwei aufgeteilt ich würde sagen wir starten erst mal mit dem kleinen paket diesmal war ich auch schlau noch hin zu legen aktuell hat sie eine relativ lange lieferzeit wegen des kataloges des neuen die sortimentsumstellung deswegen dauert alles ein bisschen länger momentan so in dem kleinen ist auf jeden fall ja das ist meine zweite bestellung gewesen also meine normale bestellung sag ich mal und einmal dann haben wir gleich die clubbestellung hier ist auch alles lieferbar gewesen hier also sensi könnte durchaus daran arbeiten ich gebe euch mal ein sneak peek rein wie leer der karton wirklich ist ja und ich habe den blush spin und zwar war der wenn ich das jetzt richtig in erinnerung habe auch im sale ist aber glaube ich schon wieder raus aus dem sale kostet sonst glaube ich 42 euro und war jetzt bei 20 euro hier ist der an und ausschalt knopf es ist direkt schon zu verbunden man kann das scheinbar aber auch hier wieder drehen wenn ich steckdose andersrum ist und dann macht man da diese sensi pro zwei stück und setzt es einfach nur drauf ich habe in diesem kleinen mini durch ventilator habe ich euch in der august wolf box gezeigt da passen diese pots halt rein und ich fand das ganz cool einfach weil man da nicht dieses wachs hat das kann man schnell rein und raus irgendwo machen eine steckte wo es mal schnell gehen muss ohne dass man erst das wachs kalt lassen kalt werden lassen muss ja passend dazu habe ich mir und zwar die von apple pekin diejenigen unter euch die meine sensi videos schon länger verfolgen die wissen dass das mein absoluter lieblings duft ist da kommen halt immer zwei stück entsprechend hiervon rein ich denke mal man könnte eventuell sogar ein rein machen es müsste eigentlich auch gehen oder zum beispiel auch verschiedene sorten mischen ja riecht original so wie das wachs viele leute sagen ja dass sie zum beispiel diese besser finden vom geruch oder von der intensität als zum beispiel das normale wachs mal gucken ich habe ja cloud baby dreams in der letzten wolf box geunboxt da habe ich noch was anderes bestellt das ist aber über meine beraterin gelaufen das wird dann irgendwann kommen da kann ich auf jeden fall vergleichen aber auf jeden fall mein absoluter lieblings duft und hier im sale duftet ihr gerne ein zieht so und dann haben wir noch drei bars da muss ich euch die dürfte allerdings unten in die video beschreibung schreiben das weiß ich nämlich momentan nicht ich fange mal mit dem an den kennt ihr schon stargazing der war auch mal in einer wolf box drin so sieht er aus der hat auch diese prägung hier auch da schreibe ich euch den duft noch mal unten in die video beschreibung dann dürfte der mit dem mappets der ist neu und ich fand ihn ganz interessant hier übrigens auch wieder diese prägung hinten wenn ich dann auf bekomme so sieht er aus schönes saftiges grün und der hat einen sehr interessanten duft ich weiß noch nicht mal wo nach es riecht wie gesagt ich schreibe es euch unten in die video beschreibung riecht auch ein bisschen so nach ich hatte mal einen der auch nach liebkuchen der war aber nicht so ein bisschen riecht es da auch noch also so richtig geil finde ich ihn gerade nicht mal gucken wie er dann warm riecht und dann dürfte der noch mit einziehen lonely tunes auch der ist relativ neu oder jetzt erst vor kurzem raus gekommen ich glaube so den gibt es nämlich weiter auch ich meine zu beiden gibt es auch diese baddies also zudem auf jeden fall zu dem weiß ich jetzt gerade gar nicht genau so der riecht auch sehr interessant ich finde ich ein bisschen nach marzipan aber ich finde der recht gut ja da werde ich auf jeden fall düfteln können jetzt wo die wiff box auch da ist beziehungsweise nicht über box eine club bestellung kann ich mal wieder meinen vorrat quasi auffüllen ich habe hier im wohnzimmer halt so eine kleine ecke wo ich hat die angefangenen bars drin habe die ich gerade also aktuell verdüfteln möchte oder nutzen möchte und da werde ich wieder ein bisschen was auffüllen mal gucken ob ich einen von denen schon mal wieder dazu nehme oder ob ich erst mal von den bestellungen was nehme so ich kann das mal ein bisschen zur seite mit dem platz haben und dann geht es mit meiner club bestellung weiter ich packe das jetzt alles in einem video dann habt ihr ein längeres ich denke das ist auch in ordnung ich habe ich habe mich auch nicht beurte lassen bei der box weil wir haben nämlich heute den 24 september es gibt viele die wir schon anfang september bekommen haben so ich schaue erstmal ob alles dabei ist nein oder doch 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 alles lieferbar gewesen sehr gut auch hier wie geht es jetzt mal mit der mit dem papier wobei ich lebe ich mal ganz kurz hoch so sieht es jetzt gerade aus könnte man durch das ist ein bisschen arbeiten wobei ich zeige es euch noch mal die haben dann noch einen separaten karton reingemacht das ist die wiff box für den monat september und dann holen wir uns mal das andere paket raus da bin ich mal gespannt ob sie das jetzt immer will kommen also ich habe meine bestellung ein bisschen verändert mittlerweile ist es so dass ich halt ich glaube ein zweiter rausgenommen habe und ich ein zweiter dazu gemacht habe also bin ich mal gespannt ob wir bei den nächsten club bestellungen auch wieder so ein karton haben es wird so sein das habe ich glaube ich im letzten video schon mal erwähnt ich werde das um ändern ich hatte jetzt aktuell alle zwei monate und werde das auf das intervall von drei monate setzen und dann habe ich nämlich die dezember box die ich dann mitnehmen kann und dann werde ich das auch so lassen weil man hat wirklich so viele dünfte schon im vorrat wenn man das im club hat so schnell kann man die ganze sagen wir gucken rein so schaut es jetzt aus ich schreibe euch wieder die dürfte in die video beschreibung wenn ich sie finde ich finde sie nicht mehr von allen weil wie gesagt einige dinge aus dem sortiment gegangen sind wo ich aber die duftrichtung irgendwie noch finden wo ich sie mal selber aufgeschrieben habe oder im alten katalog dann werde ich euch das und wenn einer waves ist neu bei mir reingekommen super vanillig super lecker der durfte endlich in den club einziehen apple pekin und ich liebe es seit einem jahr bei mir und der darf nicht fehlen auch nicht im sommer also ich hab den immer an ich habe ja im oktober angefangen mit sensi letzten jahres und da war das halt mein erstes set ich hatte so ein dreier selbst mit so apfelüften und das war der erste den ich probiert habe und ist seitdem mein absoluter favorit der geht auch im sommer der last petal ist noch gar nicht so lange her dass ich euch den vorgestellt habe war bei mir super schnell aufgebraucht finde ich super note auch endlich in den club man da sind ja wirklich einige muss ich gleich mal zählen wie viele klub hier sind und der gab es damals zur winterzeit ist glaube ich jetzt wieder aktuell im katalog glaube ich bin mir nicht ganz sicher mega mega geht auch das ganze black orange marmalade ist für mich so ein küchenduft der hat jetzt so eine prägung weiß ich gar nicht ob das früher mal war kann auch sein dass er zwischenzeitlich mal wieder raus war jetzt wieder drin ist ich weiß es dann nicht so ganz genau da muss ich mal schauen finde ich immer noch mega nicht nur für die küche kann man auch überall anders nutzen aber ich mag den besonders in der küche gerne so das war jetzt der vierte dann raspberry dragonflut ich denke der wird demnächst mal aus meinem club rausgehen also ich schaue halt immer wovon hast du wirklich vielen vorrat was hast du nicht so verdüftelt hiervon dürfte ich noch einige haben ich denke mal der wird nächstes mal auswählen der ist aber trotzdem sehr schön gefällt mir gut ganz klasse dumbo zirkus parade sehr sehr schöne duft ich glaube der darf noch eine ganze ganze lange weile in meinem club bleiben auch einer meiner top favoriten blueberry cheesecake er war mal ein bring back my bar gibt es glaube ich aktuell nicht im sortiment vielleicht kommt der aber auch mal wieder zurück mega top empfehlung wenn es dir mal wieder geben sollte holt euch den unbedingt mistress of evil das war ein dreier set von villains oder wie man das genau ausspricht der ist davon für mich am aller allerbesten gewesen da gab es noch einen anderen der war auch gut aber der ist echt rausgestochen und ist schon vor einiger zeit bei mir in den club gewandt ganz neu in den club ist auch gewandert obwohl auch das ist noch gar nicht so lange her dass ich euch immer eine video gezeigt habe fand ich sehr sehr gut da gibt es auch noch einen von mini den habe ich allerdings noch nicht getestet auch bisher nicht bestellt mal gucken der ist aber aktuell auch im sortiment rennen und der hat mir sehr sehr gut gefallen vanilla blackberry ist ganz ganz neu in meinen club gewandert war mal ein duft des monats den hatte ich mal in so einer probepackung in der wiff box und der hat mich einfach dermaßen überzeugt der riecht richtig richtig gut hätte ich nicht gedacht dass der mich so umhaut aber der musste auf jeden fall in den club war das ist quasi mein erstes war das ich jetzt davon habe mal schauen entweder lege ich mir noch ein vorrat oder ich packe ihn schon mal rein zum nutzen so wie viel haben wir denn jetzt hier sind schon bei elf bar steam club sind 14 dürfte von dem jahr dann aber einer gehen wird blackberry was habe ich gesagt das mit den dragon food clothesline auch der ganz ganz neu bei mir in den club eingezogen da habe ich mir ein wie heißt es denn jetzt ja hat ich mir dann gekauft auch als bar fand ich super also gerade im badezimmer riecht nach frisch gewaschener wäsche richtig gut und richtig intensiv und lange also den kann ich wirklich sehr gut riechen der durfte auch endlich einziehen in den club und der wird auf jeden fall auch bleiben ich habe ein textilspray mal ich glaube auch in der box oder so gehabt da fand ich die durch schon so klasse und jetzt durfte er endlich auch in den club wenn man bei einer meiner dürfte quasi aus der küche auch der musste wieder her und last but not least berry of paradise ich denke mal auch der wird irgendwann ausziehen der riecht sehr sehr gut keine frage aber irgendwann hat man so viel auf vorrat ja es wird immer neue dürfte geben immer neue dürfte die man toll findet also ich denke mal der und die dürfen dann bei gelegenheit mal ausziehen muss ich mal ein bisschen ich würde sagen wir gucken in die ruf box rein ich bin sehr gespannt wie gesagt ich habe mich nicht spoilern lassen ich weiß hoch nicht was drin ist und ich würde sagen wir schauen einfach mal gemeinsam rein hier ist wieder die normale anleitung so und was ich hier direkt sehe und das finde ich sehr sehr cool appleberry pots perfekt für meinen dings appleberry ich weiß gar nicht ob es den mal in diesem dreier set damals gab mit apple pickings müsste ich mal nachgucken könnte könnte aber gut sein riecht aber sehr sehr gut gefällt mir sehr sehr gut und so apfel dürfte mag ich generell sehr sehr gerne dann haben wir hier winterberry apple team das ist ein sensor für das auto die mag ich auch sehr sehr gerne und den habe ich mir sogar als bar gekauft den winterberry apple team die riecht sehr sehr gut den habe ich letztes mal im schlafzimmer gehabt und die kann ich immer gebrauchen fürs auto so dann haben wir hier eine hand seife also die dürfte schreibe ich natürlich unten in die video beschreibung hier steht ja schon drauf würziger frischer geänderte apfelwein kürbis und roter apfel ich habe noch eine von nicht schimmer von luna glaube ich da habe ich nämlich jetzt überlegt dass ich mir die mal hinstelle einfach mal teste finde ich sehr sehr gut ich werde jetzt einfach mal direkt hier für den herbst nehmen kann ich direkt mal testen luna kann ich später noch nehmen 228 so dann würde ich sagen fairytale pumpkin so sieht er aus sehr sehr dunkel also mein favorit glaube ich nicht so sehr herbstlich auf jeden fall riecht sehr interessant sehr herbstlich winterlich aber glaube ich keiner der bei mir als bar einzieht aber ich werde auf jeden fall testen ja so 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 jetzt haben wir noch zwei sachen drin schau mal ein bar cheerful celebration kenne ich gar nicht guck mal rein hier ist auch sehr interessant blumig ich finde der sicht bericht wirklich sehr blumig sehr frisch wundert mich dass der jetzt in einer wolfbox im september drin ist im herbst ist für mich eigentlich eher so ein duft in der sommerzeit also sehr sehr blumig bin ich ja mal gespannt was da drin ist auf jeden fall eine sehr sehr schöne farbe und hier wieder diese prägerungen hier hinten so und das wird das letzte sein ja jetzt habe ich schon hier überall dieses zeugs hier das ist eine buttercup bell so aber es steht orchard apple spice sehr interessant scheint auch eine von diesen herbstdüften zu sein den werde ich jetzt mal zulassen da werde ich jetzt mal nicht dran riechen den werde ich mir denke ich mal entweder im bad auch stehlen oder eventuell packe ich den in den abstellraum einfach rein das ist ein ganz ganz kleiner raum wie so ein einbauschrank ja da bin ich ja mal gespannt also ich glaube da werde ich den hinstellen und einfach testen sehr sehr cool ich zeige euch noch die blume dazu wenn ich es dann aufbekomme die sieht so aus sehr sehr hübsch ja also ich glaube die stelle ich mir in den abstellraum und lass mich da düfteln ja weil wie gesagt das ist ein sehr sehr kleiner raum und da würde das dann wahrscheinlich auch relativ intensiv rauskommen werde ich testen ja und das war schon die wolfbox relativ schnell knackig also ich zahle immer nur 21 euro für die wolfbox weil ich die halt im club habe und ich den clubwert so hoch habe dass ich ein produkt zum halben preis haben kann normalerweise kostet die box 42 euro und wenn ich daran denke dass alleine die duft blumen schon 22 euro paar zerquetschte kosten alleine die die seife kostet um die 7 8 euro hier weiß ich gar nicht 3 4 euro die kosten 8 euro irgendwas hier habe ich wirklich schon einiges gespart und der vorteil einfach an der wolfbox ist man kann sachen ausprobieren man kann einfach sachen ausprobieren und das finde ich nicht schlecht man wird überrascht man kann verschiedene sachen testen und ja ich sag mal so das war jetzt hier drin wer die wolfbox aus dem august nicht hatte und kein mini ventilator oder den hier hat ist natürlich dann ein bisschen blöde ja dann kann man den jetzt nicht verwenden weil ich halt wie gesagt nicht jeden monat die box bekomme aber gott sei dank kann ich den verwenden ich habe auch diesen kleinen mini ventilator der in der letzten box dabei war der steht bei mir am schreibtisch am rechner und den mache ich dann immer wieder zwischendurch an ja finde ich sehr sehr gut ja meine lieben das war meine ausbeute von sensi wie gesagt eine club bestellung und eine normale bestellung ja wenn euch mein video gefallen hat würde ich mich wie immer sehr über einen da mit nach oben freuen lasst mir gerne feedback in den kommentaren da und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal tschüss ihr lieben bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020